Führen Sie den Daumen durch die vorgesehene Öffnung. Die Naht verläuft dabei vom Daumen Grundgelenk bis zum Handgelenk. Der abgerundete Innenbereich des Handteils liegt in der Handfläche. Lösen Sie das unterste Band an den Fingern, führen Sie es um die Handfläche herum und befestigen Sie es mit fester, aber komfortabler Kompression auf dem Handrücken. Das obere Ende des Handteils sollte mit dem Fingergrundgelenk abschließen. Ziehen Sie das verbleibende Band um das Handgelenk herum und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss. Stellen Sie sicher, dass das Handgelenkband nicht zu fest sitzt, sodass die Flüssigkeit frei aus der Hand in Richtung Arm fließen kann. Passen Sie die Bänder bei Bedarf im Laufe des Tages an, um ein festes und angenehmes Kompressionsniveau zu erhalten. Der CERC-8 Juxtafit Essentials Handwrap sollte mit dem CERC-8 Juxtafit Essentials Arm überlappen. Zum Ablegen des CERC-8 Juxtafit Essentials Handwrap lösen Sie alle Bänder und rollen Sie jedes Band zurück, um die Klettverschlüsse sauber zu halten. Lösen Sie den Klett an der Handfläche und ziehen Sie das Handteil ab.